Ja, hallo, wir sind die letzten Gäste von dem Vital-Abend, den wir heute hier hatten. War super schön, bei der Annabelle hier im Studio in Uzingen. Und ja, wir haben die Klinge Neuenbergs hinter mir stehen und ich habe die Steffi neben mir sitzen. Die Steffi kam vor drei Monaten zu mir, wir kennen uns schon ganz lange. Und du hast gesagt, Tina, ich gebe dir drei Monate, ich habe ein besonderes Anliegen, mach was draus. Steffi, was wolltest du von mir und was hast du erreicht? Ja, also das größte Anliegen war, dass ich ein Darmproblem hatte, Darmbeschwerden. Und ich habe ein Video von einer Bekannten von dir geschickt bekommen mit Lymphedem-Betroffenen, was ich auch bin. Und habe mir gedacht, okay, komm, du hast jetzt schon so viel probiert. Tina, kennst du, probierst es mal. Dann fingst du an mit drei Monaten. Die Jahre hast du jetzt schon hinter dir, bist du 44, kannst du die drei Monate auch mal schaffen. Jetzt sind drei Monate rum. Es sind einige Kilos runter, in der Gesamtzahl 20. Es sind 18 Zentimeter Taille weg. Es sind 10 Zentimeter Hüfte. Es sind 10 Zentimeter Oberschenkel. Es sind 10 Zentimeter Brustumfang weg. Und ich fühle mich einfach fitter. Also, 10, 9 habe ich angefangen. Ja, klar, war ein bisschen Umstellung. Ich nenne das Ganze auch immer Systemumstellung. Wenn mich jemand fragt, ich mache keine Diät. Ich esse, ich werde satt. Ich esse anders. Ich esse bewusster. Ich gehe bewusster einkaufen. Ich suche mir andere Sachen raus, die ich früher vielleicht nicht rausgesucht habe. Ich habe auch noch einen Mann und Kinder. Die essen das auch mit. Die essen halt normale Nudeln. Ich esse meine Vollkornnudeln. So was hat sich halt geändert. Also, das ist nicht, dass ich jetzt eine Diät mache. Genau. Ja, sondern ich... Du nennst es Systemumstellung. Aber eigentlich hast du komplett den Einkauf und deine Ernährung umgestellt ins gesündere Reif. Bis heute und ich mache es auch weiter. Es gibt ja danach, dem 10, 9 gibt es das Fit 15. Das mache ich immer weiter noch. Ich trinke den Shake, den man da drin auch zu sich nimmt. Und wie gesagt, es ist... Ich bin generell fitter. Ich bin beweglicher. Ja, habe natürlich auch noch andere Wehwehchen. Dann habe ich auch einen Darmspezialisten aufgesucht. Habe meine Proben abgegeben. Habe Atemtests gemacht. Und siehe da, das war halt, nachdem ich schon Clean 9 gemacht habe. Und er hat gesagt, Mädchen, weiter so. Also, das hat bei mir bewirkt, dass mein Darmproblem weg ist. Ich lasse halt auch Weizen noch weg und Kuhmilch weg und Schweinefleisch. Aber das überlässt man ja jedem selbst. Aber ich kann es nur empfehlen, weil einfach durch die Ernährung, die man heutzutage ja macht, halt auch Stoffe zu sich nimmt, die halt dem Darm, dem Körper nicht gut tun. Ich habe auch das Gefühl, mein Lipödem habe ich im Griff. Ich habe diese Schügel, die ich alle paar Monate immer mal habe. Und bis jetzt ist es weg. Also, ich fühle mich einfach generell fitter. Und ich kann es nur empfehlen. Ich nenne es, wie gesagt, keine Diät, sondern eine Systemumstellung. Und es gibt gute Ernahme dafür auch. Ja, weil es ist wie ein Computer. Du fährst runter, du fährst nur hoch. In der Hoffnung, er funktioniert besser. Also, dein Startschuss war, laut meiner Empfehlung, die neuen Körperreinigung gegen die Übersäulung im Körper. Und das hat bei dir bewirkt, du hast es mit 15 noch hinterher gemacht. Zwölf Wochen sind rum, 20 Kilo sind weg. Acht sollen noch folgen. Ich habe gesagt, jetzt etwas langsamer, weil du hast jetzt super schnell. Wollten wir so gar nicht, aber du warst konsequent. Und kannst so stolz auf dich sein. Und mit dem, was du erzählst, auch gerade jetzt mit Lip- und Lymphödem, was ja auch, war sehr positiv. Habe ich verstanden. Auch gerade mit dem Bauch, das war dein Thema. Und da hast du wie viele Zentimeter? An der Taille habe ich 18 und an der Hüfte habe ich 10. Also, sensationell und es wird noch mehr. Ich hoffe, ich hoffe. Also, wie gesagt, ich habe mir nichts vorgenommen. Klar habe ich mir gedacht, hey, jetzt so 2 Kilo pro Monat, 6 Kilo wäre es ja pro. Vor allem halten, runter. Halten, jetzt halten, genau. Ich muss sagen, es bleibt. Ja, also es ist unten, es bleibt unten. Wenn noch mehr runter geht, ist gut. Wenn es noch ein Jahr dauert, ist auch okay. Aber dadurch, dass es eben auch einen Kopfklick gemacht hat, ich merke es beim Einkaufen. Ich gucke ganz anders. Klar nehme ich auch für die anderen was mit, um Gottes Willen. Also, der Startschuss fürs gesündere Leben. Und du hast auch eben gesagt, du bist vitaler. Du fühlst dich vitaler. Ja, definitiv. Ich habe mehr Elahme. Also, ich kann es nur im Leben. Ich glaube, wir hören jetzt auf zu schmerzen. Ich glaube, du willst den Leuten sagen, macht es mal. Probiert es auch. Leg den Startschuss für eine Veränderung. Anletzten Endes ist es der Startschuss für eine Veränderung. Richtig. Dann die Umstellung in der Gruppe mit Motivation, alltagstauglich, ohne zu verhungern. Mit deiner Beratung. Also, in diesem Sinne gehen wir jetzt alle nach Hause. Wir enden den Vitalabend. Genau. Und ich glaube, wir wollten das einfach mal kommunizieren, wie gut es dir jetzt geht. Ja. Und ich freue mich. Dankeschön.